Ich kann mich nur drehen. Doch, ja, weil du festdenkst, weil zu viele Leute um dich sind. Ich kann mich bewegen. Wow, 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 Leute, es geht los. Oh. Was zur Hölle ist das denn? Okay, das sieht nach einer Festung oder so aus. Rettet die Welt, Alter. Ja, voll wie Rettet die Welt. Okay. Okay, verstehe. Okay, das Schleim greift an. Also sie greift an. Bam, 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 bam. Einfach unverwundbar. Einfach. Digga, schau mal, wie sie. Aber die treffen halt. Oh, sie treffen. Oh, oh. Ja, okay. Ach, du Scheiße. Okay. Let's go. Oh. Oha. Oh. Jetzt guckst du dumm. Ja. Lol. Das war's, oder was? Das war's Live-Event, Chat. Oh, oh. Das ist bestimmt wie Boo, Alter, und die setzt sich immer wieder zusammen. Ja, guck mal, aber noch größer. Sie ist sauer, glaube ich. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, Digga. Dann gibt's vielleicht sie als so Skin, glaube ich, oder? Ja, das wird bestimmt der Level 100, das geht. Ja, in komplett Chrom. Ja. Oh, was? Wow. Sie gewinnt, oder was? Aber nett, dass die ganze Welt mit dem Chromzeug überzogen wird. Das wär ja... Digga, ich bin froh, wenn das weg ist. Ja, ich auch. Oh, die zersetzt's alle. Lol, ja. Alle sind so kleine... Okay. Die Welt ist zerstört. Die Karte ist zerstört, Chat. Was ist da rechts oben, das rote? Ein Planet, oder? Ja, irgendetwas planetmäßiges. Okay, also die Karte ist zerstört. Ah. Also der Kleber hat ihn beseitigt. Vielleicht ist es jetzt wirklich, Alter, jetzt haut's uns wieder. Jetzt müssen wir hier neu anfangen und die Welt haut's jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Okay, wer ist das? Siehst du jetzt dein Skin? Ich seh irgendwelche Inseln rumfliegen. Ich seh meinen Galaxy-Skin, der hier rumfliegt. Ja, jetzt seh ich ihn auch. Einer leuchtet so, meinen sieht man fast nicht, weil er schwarz ist. Ach, Leute, das sieht natürlich geil aus mit dem Galaxy-Skin hier. Oh, ich glaube, wir können jetzt... Kannst du fliegen? Ein bisschen steuern. Ein bisschen. Oh, ich kann links und rechts. Ja, aber jetzt nimmer. Und rot. Ich kann so einmal im Kreis. Jetzt. Statusbericht. Ah, die Mauskammer bewegt. Ja. Kim. Statusbericht. Kim. Statusbericht. Der zockst aus. Fungt jetzt nicht aus. Alles ist auf deinem. Alles ist auf deinem. Oha, links die Insel. Stimmt. Oh, lass mich raten, jetzt schweben wir die ganze Zeit im Weltall rum, so wie damals mit dem Loch. Ja, Keanu sagt gerade, das ist die Musik vom schwarzen Loch. Hat er recht, Digga? Wow, wow, wow. Alter. Setzen die jetzt die Welt wieder zusammen. Ja. Und mich. Ja, okay. Uns. Uns. Oh, Flugzeug. Ich habe liefert den Fleisch. Oh, ein Lama. Ich habe Lama. Oh, Lama. Oh, David, es geht los. Oh, oh, oh. Ich fall rum. Ja, wir können fliegen. Interagiere mit einem besonderen Bauch. Lol, Digga. Oha, da können wir... Leute, da ist einfach ein Zeitmatch drin, Alter. Guck mal. Lol. Ich habe das gerade eingesammelt. Ah, Mann. Ich habe mich einfach weggeschubst, der Pisser. Oha. Ich habe es auch eingesammelt. Was ist das denn jetzt? Ah, der Nullpunkt. Ich habe mir ein Ziel eingesammelt. In München. Was ist mit dem Hühnchen? Digga, ich muss das Ziel einnehmen erstmal. Hey, gib mir das Hühnchen. Gib mir das Hühnchen zurück. Wir müssen das alle machen, Lecky. Weiß ich nicht. Irgendwie ist ein Fall verbringend. Ich habe es abgeschlossen. Juhu. Was ist mit den Hühnchen? Wir müssen, die sind Nullpunkte. Ach, da ist der Baum, Alter. Da ist der Baum. Okay, okay, okay. Hier ist der Baum, Digga. Du und das Team, ihr müsst den Nullpunkt wiederherstellen. Bevor jemand merkt, wie andere wir sind. Oh nein, mein Hühnchen ist runtergefallen. Warum hast du ein Hühnchen, Digga? Weil hier ein Hühnchen war. Okay. Ah, ich habe wieder einen gefunden. Ich habe hier auch noch einen. Ah, da ist einer bei der Seile. Bei der Seilrutsche ist einer. Nimmt den jemand? Hat er ihn genommen? Ich habe ihn noch schon mal gemacht. Oha, hier ist einfach ein Huhn. Ach, lol. So macht ihr das. Ey, warum könnt ihr... Ich will auch ein Huhn. Geh weg da. Aua. Oha, wo bin ich denn jetzt? Alter, wo bin ich hier? Oh, ich habe hier noch einen gefunden. Oha, da oben auf dem Baum. Die Energie-Signatur des Nullpunkts. Er holt sich schnell. Wir sind gut, Digga. Da oben auf dem Baum ist so weiter. Also für die Fusion vorbereiten. Und... Nein. Nein. Ich bin Ohr. Das war so nackfalt. Die Fusion, Digga. Die Fusion. Einer von uns. Muss überleben. Ja, wir überleben, Rock. Was? Was heißt der Welt? Wirst du sehen. Oha, der Nullpunkt. Das ist die Lakete. Digga. Was geschieht hier, Alter? Ah, okay. Die... Die Inseln kommen. Die Inseln kommen. Digga. Blecki. Blecki. Wir bauen gerade die Map zusammen. Guck. Boah, kein Wunder, dass es so lange dauert. Ja. Wir haben hier eine ganze Map gebaut. Guck. Das wird kommen, Digga. Das ist... Das wird kommen im Spiel. Wir bauen die ganze Map auf, Alter. Lol. Safe call. Schau hier. Oha. Oha, das geht einfach weg. Lol, da ist das Eiswitter. Ja. Wir werden... ...unserer eigenen Map bauen. Flashback aktivieren. Hier ist ein Flashback. Woah. Godzilla. Geil. Digga, Godzilla gegen den Roboter. Das war der Flashback. Loi, Becki. So, noch ein Nullpunkt, noch ein Nullpunkt. Blecki, hast du gesehen? Was ist denn da oben? Wo denn? Hier oben. Ja, du musst... Ey, das sind schon so viele Towers. Hier sind Flashbacks. Bro, du musst hier... Äh... Wo denn? Wo bist du denn? Hier oben. Ah, da oben. Da ist ein Flashback. Ja, ich stehe hinter dir. Ja, genau. Und jetzt geh hoch. Hier, geh hoch. Und da kannst du Flashback aktivieren. Das war der Kampf. Godzilla gegen diesen Roboter. Guck mal, guck mal. Guck mal in die Richtung, Chris. Hier. Ja? Da ist der Turm von Tilde Towers mit der Uhr. Oh ja, da hinten. Ja. No. Loi, Digga. Wir werden die ganze Map... Deswegen dauert das Event einfach so lange, weil wir hier die ganze Zeit vermutlich die Karte aufbauen. Immer und immer wieder ein Stück neu. Okay. Safe, Ko, Digga. Dann lass mal da rüber gehen auf den Eisberg. Da ist irgendwas oben drauf. Okay, wo? Oh, hi. Hi, der ist einfach ein Lagerfeuer. Komm mal. Bei dem Schnee. Man kann hier Eis kugeln. Ah, ich hab nochmal eins aktiviert. Oh, Digga. Wer mit dem Überredner? Boah, was kommt von da oben? Schau mal. In die neue Insel? Ja. Oh, hier oben kann man ein Teleskop verwenden. Hier ist das, ähm... Wie heißt das? Ähm... Ah, hier ist so ein Ding, ja. Da oben ist noch ein Nullpunkt. Da oben hoch, Digga. Kopfgeldjagd. Genau, Digga, genau. Da oben ist ein Nullpunkt, Chris. Ah. Oben. Ah, ja. Könnt ihr den allen einnehmen? Nee, nee. Du musst einzeln für dich einzahlen. Ah, okay. Ah, guck mal, Chris. Wir brauchen hier einen Schneeball und, ähm... Einen Schneemann. Ah, okay. Ich hab einen Schneeball. Einen Schneeball hab ich hier. Ah, Leute. Ich hab Schaden gemacht. Ja, ja. Ah, du musst mit dem... Du musst mit dem Schneeball da reinlaufen. Geh mal weg da. Geh mal weg. Schau, Digga. Wir brauchen... Ey, Blackie, komm, du mit dem Schneemann. Wo ist der einer? Ich weiß nicht. Ich steh hier bereit. Ah, warte mal. Ich glaub, ich hab einen gesehen. Wir brauchen noch einen Schneemann. Und dann muss man hier rein. Ah, warte mal. Kann es sein, wenn jemand mit dem Schneeball abwirft, dass er mal zum Schneemann wird? Oh, ja, stimmt. Da ging ja immer was. Wir brauchen hier einen Schneemann. Hallo. Wir brauchen einen Schneemann. Ich bin Galaxy's Game. Ich hab Schneebälle. Ich glaub, damit ging das doch, dass man zum Schneemann wird. Leute, hier ist einer in Rot. Hier ist einer in Rot. Ah, hier. Bewürf mit einem Schneeball. Den muss man hier bewirfen. Ich hab einen Schneeball. Hier ist einer, den man bewerfen muss. Ja, wo? Hier. Der Typ. Du kleiner... Warte, Chris. Ich mach dich zum Schneemann. Hey, das geht nicht. Warte, ganz kurz. Ja. Ich hab nur noch zwei Schneebälle. Oh, Digga. Ey, der soll... Mann. Der checkt's nicht. Ich weiß aber nicht, was wir mit dem Ding bewerfen sollen. Ich muss einen hier. Pass auf. Da oben ist meiner. Loll. Ich muss den da oben bewerfen damit. Das ist meine Auf... Ah, Mann. Scheiß. Oh, halt. Ich bin weiter mit. Der ist da oben. Der soll herkommen. Schnee-Soldat? Ja, da oben ist er. Da. Er kommt runter. Vielleicht kommt er jetzt zu mir. Ja, kommt zu mir. Kommt zu mir. Komm. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn abgeworfen. Was ist das denn jetzt, Digga? Findet ihr die passenden Kühlbox? Loih, hier sind richtige Aufgaben, Digga. Schnee-Soldat. Loih, das sind richtige Aufgaben, die wir hier erleben. Heiter. Wow, 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 wow. Loih. Da kommt ein neues Stück Insel. Oh ja, dass wieder Null kommt. Ich muss hier irgendwelche Sachen... Muss ich finden. Äh, was, Chrissi? Oh nein. Nein, Digga. Ah, hier muss man ein Hühnchen reinbringen. Hier muss ich ein Hühnchen reinbringen. Ah, ne, hier kriegt man eins. Hey man, Digga, was ist das für eine Scheiße? Hier ist ein Leuchtehuhn. Ah, loih, hier. Hier, Blacky, ist auch noch eins. Was muss ich denn finden? Irgendwelche Hühnchen gackern, Alter. Ja, ja. Im Haus war ein Kühlschrank, vielleicht ist das damit gemeint mit Kühlbox. Oh. Oha, Lisa ist richtig schlau. Ich glaube, oben war auch eine Kühlbox. Wo? An dem Eisblock ist unten drunter auch irgendeine Truhe. Ja, da bin ich. Da bin ich gewesen. Da muss ich eben hin. Hier ist der Typ, Alter. Wow, wow, wow. Loih, kann man auf diesen Nullpunkt draufhüpfen? Loih. Ah, ne, wir kommen alle in diesen Nullpunkt. Also ich brauche eine Kühlbox. Finde Nullpunktfragmente und sammle sie ein. Ja, das machen wir eh schon die ganze Zeit. Was will er? Da unten ist ein Baum. Den kannst du anmachen. Ich bin bald. Ich bin bald, Digger. Ah, da musst du... Ja, da, wo du jetzt bist, oben auf diesem Ding musst du bleiben. Wo? Oben auf dem Eisturm. Da oben ist das Symbol für den Ball. Ah, okay, okay. Ich bin da jetzt. Ballverwandlung. Ah, jetzt kann ich mich einfach als Ball markieren. Okay. Warte. Ich mach das. So. Ich bin Ball. Ja. Oh, hab ich gemacht. Kommst du da irgendwas? Ja, wir müssen, glaube ich, alle gleichzeitig machen. Was ist das? Alter, er hat mich einfach weggegangen. Ich glaube, wir müssen einfach alle... Bro, du kannst springen. Wie kann ich springen? Was meinst du? Oh, ich muss ja nicht springen. Oh, nee. Es tut sich wieder was. Oha. Es kommt wieder was Neues dazu. Da nimmt er sich wieder was. Von oben. Digga, das wird die neue Fortnite-Map, Alter. Deswegen 40 Minuten. Dann geht's doch, Alter. Oha, ein Wasserfall. Oh, Tropical Island. Moment. Palmen. Okay. Digga, ich sag euch. Das wird am Ende die Map. Genauso wird die aussehen. Nur halt, äh, zusammengesteckt dann oder so. Oder sie wird immer so in der Höhe. Ja, ich auch. Ein neuer Teil, äh... Der Insel ist da. Das musst du machen, das ist, oder was? Rein in die neue Welt, Leute. So, ja, dieses Hühnchen ist schon geil, Mann, Alter. Ist schon OP, das Hühnchen. Muss ich schon sagen. Schau mal an, Leute. Und? Das OP-Hühnchen. Ui, 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 ui. Wie hoch wirst du fliegen? Okay. Zack. Leute, da unten am Wasserfall ist eins. Können wir da runterfliegen? Ich glaub, du kommst dann wieder runter. Ah, ich hab's auf jeden Fall eingesammelt. Oh, scheiße. Jetzt bin ich voll. Ja toll, ich falle die ganze Zeit jetzt. Das geht jetzt so eine halbe Stunde weiter und ihr baut so die Map zusammen. Ja, genau. Ja. Schau, es geht wieder weiter. Da wird ganz hinten noch was geholt. Oh, hier kann man angeln. Schau, da kommt die nächste Map. Aua. Ey, nicht nett. Nur das. Kam nur das dazu? Guck mal, das sind auch ganz neue Inhalte hier. Schau mal, was hier alles noch rum... Alter. Guck mal an. Was will er? Brauchst du Hilfe beim Abkühlen? Naja, das sind zu viele Aufgaben, Alter. Die kann ich ja niemals alle erfüllen. Guck mal. Ich sammle die Nullpunkte ein. Alter, guck mal, wie viele Elemente hier außenrum noch rumfliegen, Blacky. Das ist alles unsere Fortnite-Map. Da ist ein UFO... Das wird ja ewig dauern, Alter. Ohne Witz, Alter. Das dauert ja... Jahre, Alter. Holy shit. Wenn du es nicht machst, spielst du einfach auf einer unkompletten Karte. Ja, ja. Ohne Scheiße. Alter, brauchen wir ein Hündchen. Wir brauchen ein Hündchen. Hallo, wir brauchen ein Hündchen. Boah. Oh, hier ist ein Grill. Oha, was wir hier haben. Oha. Einfach ein, äh... Ah, hier ist ein Grill. Für den passenden Grill. Geht's da weiter? Ja, da unten waren zwei Nähnchen. Da war der Wasserfall, wenn du noch weiter unten drunter lust. Geil, Mann. Ich bin einfach auf Teletowers. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, toll. Okay, Chat. Was kommt hier alles noch? Okay, nächste Insel kommt. Digga, das dauert ja ewig, Alter. Das dauert ja ewig, bis wir die Map mal fertig haben. Aber gut, dann wird auf jeden Fall Schnee kommen. Aber geil gemacht mit der Musik und so. Oh, da kommen wieder zwei Elemente. Einfach der Job von Fortnite, die machen einfach den ganzen Tag nichts anderes. Ja. Oha, guck mal. Der Roboter. Und da hinten ist ja Godzilla. Und hier ist der Roboter. und ein Komet. Einfach ein Kometeninsel. Es gibt da hinten noch ein anderes Flashback mit dem Würfel, mit dem Magnetenwürfel. Woll ich gerade sagen, meinst du eigentlich Kevin, der Würfel? Oha, ist hier Kevin? Ah, ja, ich sehe ihn. Hier. Man kann sich nicht mehr sehen. Ah, wir haben hier auch die Kanonen. Wieder. Lol. Oha, warte mal, warte mal. Wir müssen schieben, 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 schieben. Hinter dir, hinter dir. Hier. Sieht ihr das? Sieht ihr das? Oha, so ein Idiot. Blacky, komm mal bitte mit. Wo bist du denn? Die neue Insel, die dazu gekommen ist. Er blickt nicht, was wir machen müssen. Wo bist du gerade? Auf dem oberen Teil. Ja genau, auf dem neuen. In der Nähe von dem Kopf. Ah, okay, okay, warte. Du musst rechts rüber, wo Kanonen sind. Ich bin bei den Kanonen. Ja, kannst du dir mal eine sichern? Äh, die sind alle überlegt. Scheiße. Ja, sie checken es nicht. Das ist das Problem. Oha, da haben wir nur noch gesammelt. Ich, ah, nee. Oder haben sie es schon eingesammelt? Nee, hier muss man hin. Ah, die Kanone. Ich hab die Kanone im Blacky. Ich hab die Kanone. Ja, das bist du, ja. So, hier. Aber ich kann nicht fahren, oder? Ich kann nicht fahren. Okay, aber da musst du hin. Siehst du das? Ich steige mal ein. Der Ding hockt vorne drin. Oh. Ah, nice, Dinger. Lol. Alter, da muss man sich selber hinschießen. Ja, ja, aber das Problem ist halt, du musst halt jemanden finden, der nicht die Kugel da einfach benutzt. Nee, nee, du kannst, äh, ja, aber du kannst alleine schießen. Achso, oh. Alter. Boah, wie du? Boah, Blacky. Scheiße. Du, wo fliegt der Blacky hin? Oh, Nächse. Boah, das ist umgekehrt. Oha. Oh. Oha. Oha, da hinten kommt wieder eine Insel. Aber da wundert es mich halt nicht, dass wir 40 Minuten Live-Event haben, Alter. Wenn wir hier Stück für Stück die Insel bauen müssen. Okay, da. Ist das Tilde Towers? Ja. Auf der eigenen Insel da, gell? Oha, so eine Map aus allen alten Maps zusammen. Ja? Sieht so aus. Tacos, schau. Oha. Oha, das ist Tilde Towers, Dinger. Da ist der Tacoladen. Ah, das ist nicht Tilde Towers, gell? Äh, nee. Weißt du noch, das glaube ich? Was? Tomato Town. Ah, das könnte auch sein. Flashback aktivieren oben. Ah. Du kannst dann Flashback aktivieren. Wo? Oben. In dem Gebäude. Oha, ich hab noch mal ne... Das sind die Aliens. Ehrlich? Aber ich bin da oben, Alter. Nee, weiter runter. Ein Stockwerk weiter oben. Im Haus drin, was? Ja, ja. Oha, warte. Ich bin jetzt vor dem Haus. Ja? Ich auch. Ich bin neben dir. Ah. Gut. Oha. Einmal Flashback, Dinger. Ja, Mann. Geil. Ich sag for real, zu langweilig, wenn es die ganze Zeit so weitergeht. Da soll mal was anderes kommen. Ja, also, äh... Klar. Es ist aber mal was Neues. Ah, warte mal. Wir kommen jetzt auch auf den Teddybären Kopf oben drauf. Oha, es geht weiter. Was kommt jetzt? Oha, von ganz weit hinten. Schau mal, Digger. Von wo, Alter? Glaube, ich bin in dem Teddybären Kopf. Ja, ja. Mit der Seilrutsche, gell? Das ist eine Banane, Alter. Guck mal. Oh, Kevin. Oha, nee. In der Terne, Digger. Was ist das? Was ist das? Eine Telefonzelle, wo man sich umkleiden kann. Oha. Oha. Loi. Ja, Mann. Wie cool. Schau mal, jeder wird zum Ancient. Aber ich will nicht. Alter, jetzt laufen alle gleich rum. Ach, du Scheiße, Digger. Ja, zum Glück mach ich das nicht. Du wurdest rausgeworfen. Warum das, Digger? Das liegt aber dann eher an deinem PC, nicht an Epic Games. Weil, du siehst ja, hier sind so viele Menschen, Alter. Wir würfen mit einem Schneeball. Digger. Leute, der eine ist einfach ein Reifenstapel. Ja, hier muss der hin. Hier muss der Reifenstapel hin. Hier ist wieder ein Baum. Hier muss der Reifenstapel hin. Ich bin da nicht in ein anderes Wort. Ja, ich weiß. Vor allem, das macht ja jetzt theoretisch die ganze Fortnite-Welt. Ah. Die ganze Fortnite-Welt macht das jetzt im Grunde. und sammle ich hier diese Stücke auf. Ich habe einfach schon viel mehr wie Schnupp-Schnupp. Sieht man das? Neu, hier mal in der Ecke. Du hast 33, ich habe 23, ich habe 24. Oha. Neu, hier ist echt Kevin, Alter. Flashback aktivieren. Das ist Kevin. Ach, bei Kevin geht auch ein Flashback. Ja, ja, Digger, Alter. Einfach Kevin. Das war so geil, Leute. Das geilste Event ever. Meine Meinung nach. Ja, jeden Tag. Ja. Jeden Tag hingegangen. Oh, ich glaube, das hat sich bewegt. Ja, das war so geil, Alter. Kommt das nächste, oder? Irgendwas zusammen. Wie bist du da rübergekommen? Das kommt immer wieder. Irgendwas ist da rübergekommen. Ach so. Digga, scheiße, ich... Scheiße, ich bin in so einem Zwieding, wo ich nicht mehr rauskomme. Ah. Läuft! Oh, 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 oh. Ich wollte gerade so Kevin, Alter. Ich auch. Oh, warum macht er nicht so weit? Was holt er sich? Was holt er sich? Ja, ich sehe nichts. Drei Inseln sehe ich. Oh, 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 ja, stimmt. Nee, dann wird das eine Map aus allen damals bestehenden Sachen. Jetzt haben wir mit dem Pilz hier. Ähm, gab man nicht den Wald? Jetzt sieht er. Es wird so ein Ding sein, Digga. Es wird so ein Ding sein. Ehrlich? Ja. Einmeldung nicht möglich. Okay, schnackte immer einen Schneeball und komm mal zu mir hier. Wo ist... Ach so, ich sehe dich ja. Äh, Schneeball, Schneeball, Schneeball. Warte. Ja, das ist immer wies, wenn man rausfliegt. Aber da kann man halt nichts mehr machen, leider. Komm mal zu mir bitte, ey. Und nimm doch ein Wünchen. Ich hab schon ein Schneeball. Warte, ich hab hier ein Wünchen. Oha, hier ist einfach die Rakete, Digga. Blacky, hier ist einfach Flashback von der Rakete. Das läuft. Ja, super. Ja, genau. Ich hab ein Wünchen, ne? Ja. Ja. Die Witzige, der Rakete, Digga. Hier ist auch einfach das Tor und so, Alter. Das ist die Rakete. Das Flashback will ich mir jetzt nochmal anschauen, Chef. Muss ich das irgendwie ablegen, oder so? Ja, ich muss da nur draufstehen. Das ist gut, okay. Damit er das verkauft hat. Ja, Mann. War auch ein krankes Live-Event. Da gab's den ersten Spalt in dem Himmel. Alter. Der Riss. Der Riss, ja. Ja, hier ist Raketen, äh, Flashback. Einfach von allen Dingen, Leute, die wir erlebt haben. Wahrscheinlich gibt's, äh, Fortnite danach einfach offline. Ja, ja. Jetzt hast du nochmal alles gesehen, oder? Ja, genau. Damals, und danach einfach spiel. Und dann war's das. Fiatie, servus. Danke fürs Mitspiel, Leute. Du musst schauen, hier gibt's immer so einen, äh, Typen, der diese Fragmente dir zeigt, gell, wo die sind. Falls du das noch nicht gesehen hast, Blackie. Wo rein? Oh, hier ist auch nochmal, äh. Oh, guck mal, geil. Hier ist auch noch ein Flashback. Hier oben ist... Hä, Digga, wie kann ich's anschauen? Ah, hier sind die Pilze, genau. Ah, Leute, da oben ist nur eins. Kommt noch eins, oder? Die Sammlerhype voll gut diese ganzen Dinge ein, Chat. Ich hab schon 46. Ey! Aua! Ich meine, da unten war ein Vertrieb. Okay, was... Wow! Was ist das denn da, Alter? Was kommt da? Was kommt da oben? Stimmen sie. Aber das kam auch schon in der Wolke raus. Ja, ja. Ich kann da nicht lang. Da kommt sie. Wow, 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 wow. Sie ist genau bei mir, Alter. Geil. Sie geht's. Alter, let's go, ich bin der erste da drauf. Geiler Scheiß. Da oben ist nochmal einer. Gute Energie, die Natur. Ah, das sollen jetzt die Bäume sein, glaube ich. Hä? Ah, ein Fisch, Alter. Du musst mal einen Fisch machen. Okay, Bro. Der Opfer zieht den Urkund am Laufen. Schmick. Ich weiß nicht. Alter, ihr habt's. Grappler. Oha, wo hat man den Grappler her? Lecky. Keine Ahnung. Das bist du grad, gell? Ne, ich hab... Ja, aber ich hab keinen. Wo haben sie den Grappler her? Den gibt's doch erst ab jetzt, oder? Hier vielleicht? Teleskop verwenden. Oh, hier ist ein Fisch. Oh, fuck, Mann. Denk grad, sie auf Notenverfüllung stellen. Ich hab keine Ahnung, Alter, wo die den geilen Grappler jetzt her haben. Was wir denn auch haben? Loll! Was? Was denn? Dig, ich hab 53. Ja. Der Insel gegenüber, wo das Teleskop ist, stehen Leute auf der Insel. Ah, Blacky, komm mal her, wo bist du? An dem Teleskop. Ah, ja, bleib da mal kurz. Ich hab was gesehen. Loll, die haben da einfach... Da stehen welche und die tun, äh... Komm mal her, Blacky. Die tun einfach, ähm... Ja, ich kann grad nichts machen. Du musst tanzen, Bro. Du musst den Tanz-Emot machen. Ja, schau, jetzt sind wir in einem Team. Jetzt bin ich wieder bei euch drinnen. Ah, lol. Ja. Es war mir eine Ehre. Alter, was für eine Ehre, Alter. Die haut ab. Okay. Okay. Jetzt einfach 53 Stück einsammeln, halt runter. Was passiert hier, Digga? Hier rollt ein Stein durch die Gegend. Ja, das ist mein Stein. Den hab ich grad. Mal rein gucken. Mal gucken, wie ist das, Digga? Ich hab da reingesprungen, Alter. Was hat das kaputt gemacht, Läckchen? Was hat das kaputt gemacht, Läckchen? Wow, und nochmal? Jetzt sind wir schon bei 40 Minuten jetzt gleich, ja? Jetzt werden wahrscheinlich die letzten Inseln noch mal geholt. Aber aus demnächst Dimensionen. Was? Das war jetzt nix, ähm, was... Okay, das war's. ...herum geflogen ist, sondern aus Dimensionen. Oh, guck mal. ...haben die dir draus gezogen. Mhm. Alter, Bergwelten. Was ist das denn? Ach, das ist einer von den Zieden. Oha. Oha, Bergwelten, Alter. Alter, was war das für ein Vieh? Guck mal, Pony, Alter. Hast du gesehen, ne Streitakst? Ja, ne Streitakst. Da waren so Mayas als Axt. Da ist ne Burg. Blacky, da ist ne Burg. Ja. Ja. Ah, Hulk! Dicke. Was, Alter? Oh mein Gott. Wer ist er? Keine Ahnung. Lä, weißt du, wer das war? Wer? Stan. Nein. Ja. Das war Ding, Alter, ähm... Ah, der von Marvel. Der amerikanische Krasse. Nein, 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 nein. Der amerikanische... Das ist die Map. YouTuber, ähm... Oha. Wie heißt denn der nochmal? Mr. Beast. Lol. Ah, da ist ja ne Zusammenarbeit. Ja, ja. Das ist die neue Map. Ja. Oh lol, fertig. Da hinten ist die, Dicke. Aber sieht schön aus. Ja, die sieht sehr geil aus. Sieht sehr klein. Verlasst ihr? Ja, mehr kann man nicht machen. Ne. Oh lol, ganz verlassen. Ich kann mich jetzt noch nichts griffen. Äh, wir werden mich halt da ganz verlassen. Warte, ich drücke verlassen. Ja, Spiel geht zu. Ja. Dann werden jetzt die Server down sein. Wie beim Loch. Mhm. Ja, stimmt. Loin, dann hängst du die ganze Zeit da bei dem Lagerfeuer. Ja. Ja. Bei mir geht Epic Games gar nicht mehr auf. Oha. Na gut, die Server sind down. Ja. Ja, glaube ich auch. Oha. Vielleicht musst du jetzt ein Update machen. Ja, oder halt die Karte ist bis morgen down oder so, weil die halt jetzt reingeladen wird. Aber sieht geil aus. Also ich finde, die Karte... Das Event war ja so schlecht. Fandest du? Okay, kommt dann. Kommt dann, hat heute keinen guten Tag. Alles am Haten gewesen heute hier. Alles, egal was ich gezeigt habe, fand er schlecht. Kommt dann, nicht ein Tag. Also ich finde es, äh, nice. Moin Akzuri, was geht? Also, äh, muss ich sagen, äh, gut, das mit dieser Geschichte, dass man da jetzt irgendwelche Aufgaben machen musste. Ich bin gespannt, aber krass, dass wir da MrBeast dann vorbeifliegen sehen. Ja, wir müssten da jetzt eigentlich nochmal ein Replay anschauen oder so. Und, äh, halt wirklich nochmal genau schauen. Ich mach mal kurz meinen eigenen Livestream an. Auf YouTube läuft ja richtig gut, Digga, bei mir, Alter. Geil. Nicht, Kappa. So. Zack, 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 zack. Jetzt gehen wir nochmal ganz langsam durch, Chat. Also, bei mir steht in der Warteschlange von drei Minuten. Ah, du bist jetzt in der Warteschlange? Ich kann mich einloggen, theoretisch. Und hier steht Warteschlange von zwei Minuten. So, ich muss mir das anschauen, wo das zuletzt gerade war. So, da war Ende. Zack, zack, zack. So. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was genau passiert, Chat. So. Zack. Welten, Alter. Okay. Also, das, äh, keine Ahnung, was die mit dem Eisberg macht. Die Map ist mega. Also, das, was ich jetzt gesehen habe, fand ich auch richtig geil, Digga. Wirklich richtig geil. Ah, guck da, ist so ein Maya-Tempel. Auf der rechten Seite ist so ein Maya-Tempel. Das ist das, was, ah, warte, wir müssen nochmal kurz zurück. So, wir waren zu schnell. Also, da fliegt ein Dinosaurier. Da ist eine, äh, was ist das? Ah, ne Gitarre. Okay, ne Gitarre. Da ist so ein Maya-Tempel. Da ist so mit, das sind Indianer. Digga, Indianer. Natürlich. Lol. Es gibt doch kein Indianer, äh, Skin. Mit coolen Federn, wo du die Farben ändern könntest oder so. Ja, Safecord, Digga. Das ist ein Panzer da, oder? Oh, Panzer kommen hoffentlich nicht mehr rein. So, hier ist eine Schneemap. Da ist Wald. Hier, das ist, hier seht ihr direkt, äh, da ist die Burg. Obwohl es eigentlich schon mal eine Burg gab, auf der Schneemap. Da gab es damals die Burg. Ey, Josy, wie fandest du's? Bisschen aufwendig, was wir alles machen mussten, ey. Uiuiui. Da ist ein Leuchtturm. Den Leuchtturm gab es damals auch. Ja. Da bin ich hier mal rausgehüpft. Fand ich eine sehr geile, äh, Location. Da ist auch ganz komisch mit einem Turm und roten Bäumen. Oh, was fliegt da oben? Hä, Leuch, was war das denn? Digga, was flog da? Was ist das denn? Ah, Leuch, Digga, wie, wie? Fünf Sekunden. Da ist auch so ein Dorf irgendwas. Wald. Schneemap, Digga. Da war, äh, Mr. Bean schon, oder? Vorbei. Ah, da war er, lol. Da ist Mr. Bean. Weil Mr. Bean, ähm, eine eigene Kooperation bekommt. Äh. Du weißt schon, dass der Typ Mr. Beast und nicht Mr. Bean heißt. Ja, ja, Mr. Beast. Ja, ja, das ist er. Da steht auch Beast drauf. Ja. Das ist einfach, der, der spendet immer, äh, random Leuten einfach Geld. So hab ich den mal entdeckt. Weil er einfach mal so, so 20.000 Euro und so. Der hat irgendein übelst viel Geld. Und der hat auch das, äh, dieses, wie heißt das, ähm, diese Serie nachgebaut. Es ist ein Squid Game. Hat er nachgebaut. Floppy, was geht? Also, da sind wir auf jeden Fall im Pferdchen. Könnte aber natürlich auch ein Emote sein. Also muss nicht zwingend, äh, da war ein UFO. Guck mal, da flog einfach gerade ein UFO vorbei, Chat. Da oben ist ein Tanker. Okay, das ist ja Standard. Da ist irgendwie auch so ein Eiswagen oder sowas. So, da ist diese Spitzhacke, was er gesagt hatte, der Blackie. Das ist so ein Morgenstern. Also der wird auch kommen. Er hat, wie gesagt, da oben ist ein Dino. Was auch sehr interessant ist. Da ist eine Gitarre. Könnte natürlich auch eine, äh, eine Ding sein. Eine Axt oder sowas. Ja, hier Maya-Tempel und sowas. Fand ich auch sehr, sehr cool. Panzer. Ich hoffe nicht, dass die Panzer wieder reinkommen. Aber könnte, ja, Militär haben wir ja schon voll oft gehabt. So, also, zack, da kommen die einfach reingeflogen. Also das sieht auf jeden Fall sehr lit aus. Sehr cool. Wie gesagt, Leuchtturm. So. Jetzt nochmal schauen. Telefonzelle. Vielleicht wieder mit so Verkleiden und so. Könnte ich mir vorstellen. Das ist aber lustig. Da ist das Motorrad. Also das Moped wird auf jeden Fall kommen. Als Hulk. Und keine Ahnung, was da im Hintergrund fliegt. Kennt man nicht so ganz. Sah gerade aus wie Turtles, Alter. Aus Motel. Lol. Lol. Das Hotel, Digga. Blecki. Mein Lieblingsort von damals. Alter. Und das ist genau das von damals, wo der Komet dann eingeschlagen ist. Und dann ist mein Risky Reels einfach weg gewesen. Stimmt. Ja. Da ist, äh, sieht man einfach. Da fliegt auch irgendwas. Dann Drache. Und den gibt's ja auch schon so. Ja, dann, äh, einfach MrBeast. Sehr lustig. Äh, keine Ahnung, was er dafür gezeigt hat, dass er da, äh, so eine Kooperation bekommt. Aber finde ich cool. So, und dann haben wir jetzt noch ein bisschen die neue Map gesehen. Also ich fand's sehr, sehr cool. Wirklich, muss ich sagen. Also, pff. Dachte, mein Vornehm wäre aufgehangen, weil das Bild am Lagerfeuer nicht wegging. Ah. Ja, ja, das steht ja dann verlassen. Ja, guck an. Also die Karte wird Tatsache, ähm, so am Rand mit Wasser sein. Wäre interessant, ob dann da die Zone ist, dass wir gar nicht da raus können. Ja. Es wird sehr viel Schnee geben und sehr viel Wald. Das finde ich, äh, das finde ich sehr geil. Und dann fliegt da irgend so ein Raumschiff. Zack. Das ist die neue Karte, Leute. So ein bisschen so Mount Chiliad-mäßig. Ganz, ganz viel Wald. Sehr, sehr schön. Also, finde ich, äh, muss ich sagen, Alter. Finde ich sehr, sehr schön. Lass mal ein Like da lassen auf YouTube, Leute. So ein Ding ist das. So, jetzt, ah, ich muss mich anmelden. Oder, Blackie, kannst du dich anmelden? Kannst du, äh, kannst du mir da freuen? Äh, ne, da hat die ganze Zeit, da steht bei mir die ganze Zeit Verbindungsaufbau. Leute, das ist der Battle Bus, das Raumschiff. Stimmt, Leute. Einfach ein Raumschiff, Digga. Wie viele Minuten steht bei dir? 25. Ja, gut. Ich denke mal, das wird jetzt, äh, ein paar Stündchen down sein. Ja. Hm. Der neue, das Raumschiff, das ist der Battle Bus, ja. Das wird, äh, Tatsache, der... Äh, ich kenne euch zwei nicht, Digga. Deswegen kann ich nicht mal sagen, was ihr... Ihr seid heute erst in den Discord gekommen. Nicht, dass ihr mir da irgendwie scheiße reinredet oder so. Hm, 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 ne. Sorry. So, Anmeldung fehlgeschlagen. Ja, also bei mir sind die Server auf jeden Fall down. Ihr kennt die schon seit GTA. Ah, nice, Digga, nice. Das freut mich. Ja, also bei mir ist Server down. War scheiße. Was war scheiße? Ich fand das aber voll nice mit den Rückblenden auf der Insel. Ja, das fand ich auch sehr, sehr cool. Vor allem so als OG. Ja, wie gesagt, ich spiele einfach seit Anfang an. Ich habe alle Live-Events und sowas miterlebt. Und das waren halt wirklich, das waren mal wirklich einfach OGs. Wurden da gezeigt. Und das fand ich einfach richtig geil. Also das hat mir richtig gut gefallen, dass man einfach wirklich die ganzen Rückblicke von ganz, ganz damals gesehen hat. Ja. Fand ich wirklich sehr, sehr cool. Von gut zu schlecht. Was meinst du damit? Egal, alles gut, dann genieße ich den Livestream. Alles, 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 alles. Also ich kann mich jetzt nicht mehr anmelden. Ah, jetzt muss ich schon irgendwelche Bananen. Bitte klicken Sie auf jedes Bild, das eine Banane auf einem Teller zeigt. Digga. Um die Uhrzeit muss ich jetzt auch noch Bananen anklicken. Was soll die Scheiße denn? Um mir dann zu sagen, dass er wieder nicht reinkommt. Super. Richtig, richtig nett, Digga. Zeitüberschreitung. Jetzt will er Ananas haben. Digga. Das kannst du keinem erzählen, oder? Richtiger Obstteller, hä? Digga, richtiger Obstteller. Du kennst mich gar nicht aus. Also muss ich sagen, wirklich cooles, cooles Event hat mir, außer dass man halt jetzt so viel tun musste. Das hätte man auch ein bisschen schneller machen können, sag ich mal. Vor allem, wenn man einfach alles irgendwie anders hatte. Das fand ich das Interessante. Moin, Alexa, was geht? Deswegen, das fand ich halt ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig so, dass man halt so viel machen musste. Aber sonst? Doch, fand ich cool. Hat Spaß gemacht, Helm. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie lange die Server down sind. Ob die heute noch online kommen? Was ich... Was? Nee. Glaubst du auch nicht? Nee. Der Start von der neuen Season ist morgen. Ah, weißt du, oder denkst du? Weiß ich. Ah, okay. Start ist morgen. Hm. Das heißt, morgen werden die dann... Beginnen dann quasi die neue Season. Hm. Aber ab wie viel Uhr? 10, 11? Puh, das ist eine gute Frage. Da kann ich tatsächlich mal gucken, ob die von Fortnite auf Twitter was geschrieben haben. Ist es wie beim schwarzen Loch? Ja, genau, Alter. Ist es jetzt leider wirklich wie beim schwarzen Loch. Blacky ist Epic-Mitarbeiter, deshalb weiß er das. Ah, ja, ich dachte schon. Blacky ist Epic-Mitarbeiter. Ich bin der CEO.